Leute, willkommen zu Kars Meta National Championship. Richtig gehört. Das ist der zweite Ableger der Kars Reihe. 2007 erschien, 2006 ist Kars 1 erschienen und halt eben 2007 Kars Meta National Championship. Ja, dann kam der nächste Teil 2009, das war Razorama. Dann kam 2011 Kars 2 und 2017 Kars 3. Ja, es gibt auch noch ein paar Spin-Offs, aber die machen wir nicht. Und nein, bevor ihr fragt, ich spiele das nicht auf dem normalen PCSX Emulator. Sondern auf dem von Retro Achievements bereitgestellten PCSX. Und naja. Nein, wir machen keinen Hold Frame. Oh, verdammt macht der jetzt doch Sinn. Ja, wir haben hier Style Mode Arcade vs. Options Profile. Bonus Content. Und... Ja, Expert müssen wir erstmal freischalten. Champion machen wir erstmal nicht. Machen wir erstmal auf Rookie. So, Sterne sind Story Points. Ja, das kennt man aus, Razorama. Ich hoffe, dass man die Steuerung jetzt nicht verflucht ist. Weitere Kars 3 Ladies and gentlecowers! Welcome back to Radiator Springs. Where boy, do we got a lot of busy and exciting stuff going on. Behind me is where Lightning McQueen, my best friend, is going to be building his new racing headquarters. And then even more better, we're going to have our very own racing stadium. We'll see how that's coming along later. But the most and bestest part of all is we've got all these new folks coming from all over the world to race in our first annual Radiator Springs. What is it? Oh, yeah. Oh, dang. Das war ja mal wieder typisch. Ja. Hier haben wir den guten. Okay, er lässt sich mit dem Lenkrad steuern auf jeden Fall. Und hier ist unsere erste Mission. Es ist Road Race. Oh, yes. Whoa! 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 Ah, you do know you're on the wrong side of the road, right? Yes, yes. So sorry. I'm still getting the hang of it, you see. I'm visiting from England, and, er... Oh, my. Oh, my. You're Lightning McQueen, aren't you? Oh, this is excellent. First day in town, and I'm already face-to-face with a racing superstar. I'll tell you what, um... Uh, Philip. Okay, Philip. Just to make your vacation a little safer, why don't we practice driving on the other side of the road for a while? What do you say? A private racing lesson from Lightning McQueen? Oh, my friends are not going to believe this. Not a racing lesson, a drive... Lightning McQueen is giving private racing lessons? Oh, count me in, Mr. McQueen. Oh, Red. You remember my name? I can't believe he remembers my name. You know, that's just the kind of guy he is. Yes, yes, yes. You know, that's even on it. Well, I don't know about that. He did? Hey, what are you doing here? You're blocking my street. I know, sorry, Doc. I was just... Look, it's the fabulous Hudson Hornet. The fabulous Hudson Hornet. I'm also the town doctor. So calm down, son. Before you rupture something. Then I gotta fix you up. Oh, that would be brilliant. Hey, what's going on, guys? You getting ready for a race or something? A race? Yes! Against Lightning McQueen and the fabulous Hudson Hornet. Okay, sure. That's a great idea. Oh, you gotta be kidding me. What the fuck? Okay. Schauen wir uns mal an, wie die Rennen hier so sind. Wird's wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ja, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Oh-ha. Wow. Pack your truck down. You're going home. Good. Working luck. Wow. Now we're gonna fix you up. Smart-out. Back to you. No. 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 Ja, Reddicht der Springs wie man es kennt. Gar nicht mal so einfache Strecke für dir hast du... Strecke. Holy moly! Was habt ihr geraucht? Und auch noch 3 Runden macht ihr hier mit mir. Okay, damit werden schon 2 hinter uns. Aber gut, schon verrückt. Bro, drückt aber nicht so ab hier. So. So. Ziel! 54 von 71? Krass. Dann kriegen wir gleich Ornament Valley. Oder auch noch nicht. So, die Sterne sind Hauptmission. Ein weiterer Road Race. Jo moin! Was haben wir diesmal zur Verfügung? Witzig ist, dass es hier kein Stadium gibt. Oh, Tau. Oh, Tau. Jungen zu Ende. Oh, Tau. Oh, Tau. Oh, Tau. Oh, Tau! Oha, wo geht es denn jetzt hier entlang? Was hat denn das bitte für Kurven? Oha, wo geht es denn? Oha, wo geht es denn? Oha, wo geht es denn? Oha! Oha! Das ist ja wirklich mal hier so eine Sache, alter! Das ist schon krank! Warum macht man eigentlich so eine Chance? Ich habe ja nicht mal eine Minimap, wo man sich orientieren kann hier. Aber es gibt schon eines zu entdecken hier. Und das zweite Rennen ist auch unser. Oha! So, ich sollte vielleicht lesen, weil jetzt hat er wahrscheinlich nicht gespeichert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oha! 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 Okay, die Strecke hatten wir schon. Gott sei Dank, das ist eine wilde Fahrt hier. Jo, der Wechsel. Oh Gott, der hat aber eine scheiß Lenkung hier. Aber ich brauche mir keine Sorgen zu machen, wir haben Vorsprung genug. Das ist auch schon das Ziel. Oh, sweet music. So. Game gespeichert, Game Galerie oder was auch immer machen wir nicht speichern. Game Galerie. Da oben wollen wir hin. Game Galerie. 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 North Willis Biet North Willis Biet North Willis Biet Woa! Alter Schwede! Das geht auf jeden Fall schon viel, viel länger hier das Rennen. Johoho! Was? Johohoho! Was? Johohoho! Was? Johohohoho! Was? Okay, das ist krass. Alter! Also nicht schlecht, die Strecke ist ordentlich lang. Ja, das ist krass. Oh, ja! Woohoo! Look at you! Craziness! Geht ja ab! Ja ok, die... Windhosen sind ein bisschen buggy. Ok, letzte Runde! Ja ok, die Zeit haben wir nicht unterbohren. haben wir nicht unterbohren. Ist doch gar nicht so einfach. Ist doch gar nicht so einfach. Ja. Alter, lass mich bloß ins Ziel, Junge. Bro! Was hat die geraucht? Ok, ab und zieh damit! Ok. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, und was jetzt? Okay, die Straße hier wurde, weißt du, da war auch ziemlich krass gemacht. Was ist denn hier los? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo es hier weitergeht überhaupt. Hey there. Hello. Auch diese Straße ist gesperrt. Okay. 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 Hmm. Curious. Haben wir doch schon. Ich wollte das Rennen nicht nochmal machen. Okay. Wir schauen uns mal die anderen Events an. Weil ich scheinbar komme ich noch nicht weiter. Also. Ah, hello, mein Freund. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir sind hier irgendwo. Ich werde ihn finden. Bellissimo. Und dann kommst du zurück und wir machen dich groß und stark wieder. Ah, du sagst größer und stärker, richtig? Genau. Das ist was ich gesagt. Groß und stark. Was? Was? Was war das denn? Ah, gut. Italienischer Akzent. Wobei das in dem Fall französischer Akzent war. Was war das? Oh, Gott. Oh, Gott. Hey, nice paint. Tja, leider weiß ich nicht wo die scheiß Reifen sind. Oh, scheiße. Rhythmus. Oh, nein. Ich glaube, ich bleibe halt. Das ist in seinem eigenen Welt, Mann. Ein Welt von rhythm und cool. Ja, ich fühle mich auf dem Flix! Schau dir gut aus, Ramon! Gott! Wie schnell wird das noch? Art, Musik, was der renaissance, Mannholz? You won! Was zum Geier war das? Aber ich habe sonst keine Sterne mehr. Oh, wait. Wow. Look at that crawl. One for the fans. Also sonst kannst du mal überall hinfahren. Die Frage ist, wo sind die Reifen? WTF? 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 Ich weiß gar nicht wie man... Moment Leute, wie schaltet man nochmal das nächste so frei? Finish Stadium Rays? WTF? Finish Stadium Rays? Stadium Rays, Stadium Rays, Stadium Rays! in Italia, die St kita noch mal ausprobieren. Best Augsburg, die Stand jawab. tua Mission Rays, Stadium Rays, Stadium Rays, Stadium Rays. WTF? WTF? Ja. Da sind die Stellen, die St. Körst, ähnischer Rays, Stadium Rays. Hey, nice paint! What's going on? Ich hab keine Ahnung Leute. Stadium Race? Wo soll ich denn Stadium Race machen? Ich bin ja einfach so ins Geschehen reingeworfen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab dich verletzte. Ich hab keine Ahnung. Ich bin gerne mit den anderen Garten. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, diesmal haben wir es. Was für eine Schose. Wie komme ich zum Stadion? What's going on? What's going on? I don't know anymore, guys. What's going on? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Bei mir ist es nämlich noch nicht. Bei mir muss ich das hier erst machen. Okay. Das war's. Oh, yeah! Nice! Want to the fair? Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Okay, wir müssen zwei Runden schaffen. Also... Und sammle irgendwelche Ölfässer ein damit. Oh, yeah! Machbar! Was erwartest du von? Uh, Meta's National Championship? Okay, das war's. Krass! Das stimmt. Ich hab das, was ich wollte. Weiter geht's. Ich hatte erst überlegt, ob ich vielleicht mit dem ersten Teil beginne. Aber... Da hab ich mir gedacht... Komm, mach das so. Weil dann kannst du... PSX... Oder besser gesagt... PCSX... 2... Von Retroart... Von der Retro Chiffons Seite benutzen. Hey, nice paint! How you doing? Hey there! Ähm... Verdammt! Hab ich irgendwas vergessen? Die Räder. Die Räder hab ich ganz vergessen. Ach, was soll ich denn da suchen, Alter? Ach ja, ganz gut. Ihr seid... Ein Tag wie jeder andere. So... Jetzt muss ich mal grad gucken. Irgendwo mussten noch Reifen sein. Die wir sammeln sollen. Hm... Kapitän! So... Hey, nice paint! Das muss ich mein Gott haben. Hm... Hier liegen keine Reifen mehr, also... Zurück in die Stadt. Hey, nice paint! Hey, nice paint! Hier ist was. Okay, jetzt brauche ich noch ein Teil. Jetzt muss ich mal überlegen, wo das sein könnte. So... Hey, da! Entscht. Oh... Töck, töck... Äh... Töck... Töck! 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 Ich hatte gedacht, stand aber nicht da, als würde ich hier irgendwas zu sein. Genau! Können wir jetzt mal Pronto machen? Wo ist denn das? Ja! Ja, genau das. Ja, genau das. Alter, bin ich blöd? Jetzt mal Tacheles, wo soll das sein? Ich habe jetzt schon fast dieses Eck hier untersucht. Das kann ja nur hier auf der Hauptstraße sein. Nicht mal ansatzweise. Und er steckte fest. Ich wüsste zu werden, wo das ist. Hallo. Ich blick langsam nicht mehr durch hier. Und jetzt zur Kasse. Was ist da drin? Was ist da drin? Ich komme aber auch nicht so easy rein. Ja sappalott, ey. Ja moin. Ja. 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 Teenageer niem. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin zu weit Nee, das ist es gar nicht... Hä? Aber das hat doch auch was mit Monsterabtrag zu tun Wait... Was sollte eigentlich hier sein? Die spinnen doch... Nehme ich mal ein anderes... Eines ist auf der Straße... Zwei war hinter dem... Dingsgebäude... Und drei... Komm ich doch mal auf Tim? Hm? Ich bin ein Champion forever... Ich komme noch nicht hin, oder? Jetzt habe ich schon wieder ein Rennen ausgewählt, was ich nicht wollte. Ja hallo, ich spiele das Game zum ersten Mal. Ich habe zwar schon KS 1 und KS 2 Sonorama gespielt, aber gut zugegeben KS 1 nur PSP Variante, aber trotzdem. So, irgendwo in diese Richtung. Und da ist das Teil. Dammit, das war gut versteckt. Ja! 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 Don't worry about the scary voice, it just kind of comes with the look. Big and strong again! So, und jetzt gibt es auch den nächsten Stern hier vorne. Stadium Race! Oh yeah! Hey Doc, check out the new stadium? Yep, looking good. Oh yeah, nice new track, spotting booths for Mater, pits for Guido. It's gonna be awesome. Pretty fancy track. You know what I had to practice on? Dirt. Dirt track, wooden fences. And you had to drive 12 miles to school in the snow. Yeah, what's the track? This is gonna be great for the town. I am proud of you, son. You done good. Wow. Thanks, son. That means a lot coming from you. That's all you're gonna get. Okay. Hey. Well, well, well. Looks to me like we got some folks trying out the track before you. What do you say we go down and get a race going? Well, you're track. Honor goes to you. Say, who was that fella all covered in the stadium? You know what? No. It's just a full life. No. 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 ... ... ... ... ... ... Was machst du das für? Vince, Vince, Vinny! Am I breaking your hostage, Richard? Woho! Was machst du das für? Is like this. Alter! Was ist denn das? Was? Voll lang gebraucht um die zu überholen? Die bleiben hier, aber diesmal wirklich einen Namen verarscht leben. Was? Was? Okay, voll die letzte Runde jetzt. Ich würde zwar wieder voll reinscheißen, was die Zeit angeht hier. Zeig ja. Nein! Nein! Oh, da sind noch mehr, wo das von mir kommt. Oh, yeah. Gut. Haben wir dort noch was erreicht. Howdy, folks. I'm here at the site of the new Radiator Springs Racing Stadium of Radiator Springs. Gee, that ain't built yet. We done already had our first race. Hey, Lightning, you want to tell us what else we got to look forward to this week? Lots of exciting races, Mater, against some of the best competitors from all over the world. Each one a champion in their own right. Like that Giovanni tell him. Yeah, I'm looking forward to that race. He's a winner, I'm a winner. But there's only room in this town for one winner. Oh, dammit fighting words. Ah, just a friendly little knock. Hey, speaking of knocking around, I hear there's a big rallycross champ from England you'll be trading paint with at the Rust Bucket. Yes, there is. And are you ready? No, I'm not. Hey, where are you going? I got a practice. Yeah, boy. Okay, so anyway, stay tuned everybody, cause this week is gonna be supercharged. Here you go champ. That's for winning the race. Gee, thanks Lizzy. What the hell? Oh. Oh. I got nothing. So, die Straße hier ist offen. Ich würde sagen, wir machen noch eine Raze. Das muss für einen Sticker gut kommen. Oh man. Alles klar. Vielleicht ist es Frank. No, Frank don't sound like that. Frank goes like this. Wahoo! 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 If you remember it more like this. What are you two doing? I've been hearing reports of unidentified phenomena out here, only to find out it's just... What's that? It's a ghost man! Stay here son. This is a military operation. Oh yeah! Okay! Ironie pur! Yeah! Willkommen in Ornament Valley! Uh! Hier haben wir was. Voll dran vorbei! Oh yeah! Rust bucket race! Oh shit! Das ist das erste Monster Truck Race! Hey cousin! I thought we got a race today. Ain't nobody getting ready? No, they been sitting like that for the last hour! Hahahaha! Ja! Oder wir fahren mit hock. Das kann natürlich auch sein. Dazu kommentiere ich mal nichts, weil... Okay, wir fahren mit HOOP tatsächlich. Ja, solche Rennen sind meistens schwieriger. Aber dafür hat er doppelt Nitro. Ja, solche Rennen sind nicht so gut. Ja, solche Rennen sind nicht so gut. Ja, solche Rennen sind nicht so gut. Oh boy. Was zum Henker? Jo, wie willst du denn das so schnell machen? Krass. Da brauchst du ja Dauernitro. Das ist mal ernsthaft, da brauchst du ja Dauernitro um das zu schaffen. Ah, da brauch ich auch. Hooks Geschichten sind mal wieder typisch. Selbst schon in Racerorama waren die so crazy. Oder auch nicht. Tja, gut. Ornament Valley Airport wäre der nächste Stern. Hm. Aber okay. So für heute aber erstmal reichen. Ja, interessanter Einstieg in das Game. Ich kenne bislang ja eigentlich wirklich nur Cast PSP und Cast Racerorama für PSP und PS2. Aber bislang ziemlich interessant. Und ja, mal sehen wie das weitergeht. Am Freitag werden wir Portal zu Ende spielen. Und am Samstag beginnen wir mit Assassin's Creed Freedom Cry. Oh ja. Also. Wir sehen uns Freitag. Bis dann. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.